Ja und herzlich Willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir gehen jetzt mal dahin, wo Choni uns geführt hat, zum Club Rainbow-Kadenzer. Huh, this is why you don't bring back fallen warriors. Sooner or later they're gonna see everything they fought for turned to shit. Ja doof, der Club existiert nicht mehr. Hey, Rainbow-Kadenzer mean anything to you? Oh no, another one. Aren't you too young for this? To what now? Everyday some sad grandpa in his old leather comes in here. Asks where is his old Rainbow Club. And I'm like a broken record. Tell all of them the corp brought them out 20 years ago. I should put up a sign. I'm every actuality. Know anything about bootlegs from the Rainbow-Kadenzer days? Like say, I don't know, Samurai stuff? Samurai. Oh, that ugly red face on black? Yeah, even I know that one. Old guy comes by here sometimes wearing their shirt. Spends the whole time yakking with his psychophant friends. Wouldn't happen to know where I could find him? You can find him living back in the 2020s. But besides that, he's out there at the market. You mean he does his shopping there? I mean you can do yours at his spot. Assuming you'd even want to. He sells ancient dusty tapes of ancient dusty indie bands. No one's heard of a single one of them. At the end of the day. Thanks. Hey, are you there? Yes, I'm talking to you. Been in Night City long now? Long enough to know I should not answer seemingly harmless questions. Eat, pay and be on your way. Go for a bite. I figured, what can I get you? So ein Wandhans sieht doch gut aus. Dankeschön! Wenn du den Verkäufer die Tapes verkaufst... Ja, ich glaube, schwer zu übersehen. Hey, looking for some good tunes. Got any laser pop? Something from us cracks? Don't sell no scop here. You either want good music or rainbow bright shite. Oh, Chum, just a joke. Laser pop. Fucking laser pop. Here, at my stand. Heard I can get some decent tunes here. What you mean by decent? We got Cartesian Duelist, Urodine Stuff, Tainted Overlord. Any samurai? Kid, you even gotta ask? Never fade away. Dancing with my axe, chipping in. You name it, we got it. Silverhand was the one true messiah of rock. I'd hand them Wreckers out like candy if I could. But a guy's gotta eat. Nice. See, I found Silverhand's biggest fan. And proud of it. Today's Biddy Box rockers can't even touch him. Silverhand had something they couldn't even trade. A silver hand. He had that fire, kid. Fire! Guy shook the foundations of the corporal world. He died for his ideals. Doesn't matter, he was also kind of a terrorist. Blaze way down the rebel path. Yeah. Hatte nicht ganz unrecht. Aber wir auch nicht. Yeah, look it for the real deal. Like, say, bootlegs from Samurai's first gigs. Fuck. First, you have got no idea what you're asking for. Not if you're so, so chilled about it. Don't know how you found out about them bootlegs, but forget it. I'm not gonna give them to the first gunk off the street. Wow, Duncan. Ain't a poser. Know everything there is to know about Silverhand. Go on. Impress me. Nobody told Carrie the last time they met. Fuck this band. Not your crowd. Not your noise. Do your own thing. Yeah, sure. I could think of a million conversation. Okay, good. There were no witnesses. It's true, guys. I used to come here back when it was still rainbow cadenza. Rootleg sure would make a nice souvenir of the good old days. Cut the scop. You're too young to remember the first samurai gigs. Weren't even a twinkle in your daddy's kuroshis. Hey, appearances can be deceiving. How do you know this pretty face ain't an M. Glenn? All right, punk. Prove it. How'd Samurai's third ever gig end? Just with us everything! M. Johnny, my dear expert, help but chew him out. Need a quick rundown of samurai trivia. Yep, third gig. Remember it like it was yesterday. Set my axe on fire. Then smashed it on the stage. Crowd went wild. Well, can't wait all day. Easy. Johnny lit up his axe, then smashed it. Nope. Knew it. Who smashes their gear when they're just starting out? I mean, a new one costs Eddie's. Fucking hell, Johnny. Why the sabotage? Why now? Cause it's funny. Cause I'm bored. Maybe I don't like the cut of your conformist jib. You always freeze up like this? Played our third gig at Cadenza. Little fire broke out. Some drunk gonks tried to put it out with beer. Denny's fro got singed. Wore a wig for a few weeks. Never did get herself any tech hair. Hang on. Now I remember. Uh, there was, uh, fire. Poor Denny. Poor Denny's hair. I almost forgot. Heard Johnny started an action. Tossed a sig that was still glowing. Huh. Bullshit. That sig was carries, no doubt. But hey, any trouble's Johnny's fault. Still don't believe you were there. But what the hell? Only a real fan can know something like that. Hey, anyways. Gotta educate the youth. Maybe you'll find something special under the table. Come on. Have at it. Batsche. So. Zeig mal her. Abgetragene Samurai-Kappe. 941. Egal, ich kaufe alles. Samurai 2020 Tour T-Shirt. Zapporo Katowice Berlin Oslo Leningrad. Wacht da, was dachtest du? Dass die bloß in den USA gespielt haben? Samurai Kopf-Kampf-Roll-Kragen-Pullover. Vintage T-Shirt. Samurai Cargoshose. Plektrum. Irgendwie ist da was falsch. Samurai-Konzert-Aufnahme. Ich denke, das ist ein kleines Vermögenbild. Es ist ein kleines Vermögenbild. Danke. Danke. Ups. Zeig mal her. Naja, nix besonderes dieser Pullover. Vintage Samurai T-Shirt. Reunion Tour 2029. Finde ich das ja fast schon cool. Samurai Cargohose. Passt alles schön zusammen, finde ich. Doch. Kann man machen. Hat was. Danke seh. Sie wissen, sie sagen, Time ist der beste Lehrer. Ich dachte, das war wahr. Aber schau an den Mann. 60 Jahre alt, aber noch im Jahr 2020. Der Mann ist dein größtes Fan. Nicht glücklich, ihn zu treffen? Bussaka Tower zu smithereen. Und es ist noch da stehen. Just das gleiche. Ich will nicht die Leute getrennt in eine Runde. Stuck in der Vergangenheit. Ich will sie, sie und der Welt verändern. In 60 Jahren. Muss man sich verändert. Nein, was verändert hat? Die verdammte Fassade. Neue Interface-Plugs. Neue High-Fructose-Scop-Syrum. Und fun-fruity-Flavers. Eine neue Face von Arasaka. Die gleiche alte Scheiße. Differente Package. Hm. Something's changing. Vielleicht können wir es nicht sehen, aber es ist ein Veränderung. Natürlich. Jetzt hat es fast niemand erinnern, wenn eine Person nicht nur ein Meatbag mit zweitenden Implanten war. Zum abgeschlossenen The Ballad of Buck Ravers. Ach Johnny Boy. Hat sich sicherlich was gehen sieht. Keine Lust. Ich habe jetzt diese Reihe gelesen. Wieso soll ich mit ihr sein? Ich habe es gesagt, Das Re viehe. Ich habe es schon wieder. Ära glaube ich wieder. Wenn ich auch noch etwas verletzen kann. Damit kann ich etwas? Es geht dann. Es geht dann. Kann ich etwas? Wenn ich etwas nicht kaufen. Und wenn ich etwas nicht kaufen könnte, Wenn du nicht für etwas nicht kaufen könnt. Alter, 74.000. Ich habe ein bisschen Fiege ausgegeben, wie es aussieht. Den Hammer beharte ich mal. Ich habe ein bisschen Fiege ausgegeben, wie es aussieht. Ich habe ein bisschen Fiege ausgegeben, wie es aussieht. Okay, kann ich auch was so kaufen? Die zwei beharte ich noch und die zwei auch. Ich muss nachher kurz mal schauen, wie ich das hier gefixt kriege mit den Symbolen. Da ist irgendwas ziemlich falsch. Wahrscheinlich werde ich das mit dem Name-Text auch wieder rausnehmen. Irgendwie verwirrt es mich ein bisschen. Aber hört sich schön an, wie er hier spielt. Das ist auch einfach so krass, hier mit dieser Statue. Dann lassen wir es sehen. Wir haben wieder noch ein bisschen Zeit. Miete ein Apartment in Chapantown. Überfall im Gange, Überfall im Gange, Überfall im Gange. Ja. Das würde ich jetzt auch wieder einfach machen. So, jetzt ist es dahin. Oh, wieder raus. Oh. Piku. Wow. Ich habe deinen scheiß Bruder gerettet. Und... Halt. Halt. Hauptsache er ist dankbar. Ging halt nicht anders, ohne zu morden. Damals hatte ich noch nichts Spezielles. Der mich keine Leute umbringen kann. Was ist das? Und jetzt haben wir eben auch diese Smart-Ding, allerdings funktioniert das nicht so richtig. Und die Waffe hat irgendwie keinen Sound, komisch. So, das waren glaube ich alle. Schlimm wie die hier immer Leute umbringen. Ich spreche mit Kun Imai. Aber ein Ziel für dich, Oliver O'Brien, der Typ ist wach in einem Militech-Gefängnis und schützt Biggs, diese kleine Spitzratte, die unsere Jungs ans Messer geliefert hat. Und du weisst, was mit diesen Spitzern und ihren Aufpassern passiert? Also, sobald Oliver weg ist, wird Biggs schutzlos sein. Das Wasser ist. Ach, da geht's einfach in den Abgrund runter. Sonst noch was hier. Sieht nicht so aus. Schöne Erfrischung war das. Hier gibt's sonst auch nichts mehr. Na gut, noch ein bisschen Money. Hallo, mein Name ist Arifem Bob und ihr seht WM. Ich dachte schon, irgendwas fehlt doch noch. Wie neun… Fünn, 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 Fünn... 1.000 Dollar. Dann gibt es hier auch noch was. 150 Meter. 50 Meter. 60 Meter. 50 Meter. 50 Meter. 50 Meter. Not too bad. What's my problem? First up, pick your eyes. First up, pick your eyes. Hey, what's that? Three people. Wow. Oh. Na gut. Dann hätte ich mich anzünden müssen. Mittlerweile sind wir doch schon ziemlich stark, was das Hecken angeht. Oh no. Jacob Ostapchuk und Peter Gollus. Okay, ich bin unterwegs zu diesen Wichsern. Augen auf schon. Ja, ja, vorsichtig sein und so, ich weiss. Ich mein's ernst. Diese Booster-Junkies sind alle total irre. Chill, ey. Ich kann auf mich aufpassen. Na dann. Egal, wenn du das ganze Zeug vertickt hast. Dann hol im Besteck noch Nachschub. Corinna. Warum zur Hölle hast du mir das geschickt? Sorry, ich... Sorry, hab aus Versehen wo draufgeklickt. Hab die Adresse im Telefon, damit ich nicht vergesse, wo das ist. Hab mich verklickt. Ups. Du speicherst so nen Scheiss auf deinem Telefon ab? Hat man dir dann... ...den komplett das Heben zugeschissen? Ey, nur falls ich's vergesse jetzt schon. Ich werd bekloppt. Du löscht das jetzt sofort. Ist ja gut. Komm mir nicht mit. Ist ja gut. Lösch den Scheiss. Sonst vergisst du's bloß wieder. Ist es gelöscht? Ja, ja, Moment. Ich fahr grade. Ich wette eine Million Edistas, du Spacko das wieder vergisst. Alter, wie dumm muss man sein. Er hat die Koordinaten geschickt vom Versteck hier. Mit den Drogen. Und dann sind die anderen natürlich aufgetaucht, weil sie das irgendwie... ...mitgekriegt haben. Oh Mann. Ach ja. Dumm, dumm. Naja gut, ich würd sagen... Das war's erstmal wieder von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und... ...bis dann zum nächsten Video wieder. Haut rein und... ...bis... ...zum nächsten Mal. Tschüss. ...Main issues... ...sky-high rate of violence... ...and more people living below the poverty line than anywhere else. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020